Es war ein rauer Mittwochabend in Kiel und ich wurde in die Holtenauer Straße 162 gerufen. Tatort Metro Kino im Schlosshof. Was haben wir? Diebstahl im Metro Kino. Gibt's Zeugen? Ja, ja. Die Dame an der Kasse und die Bedienung an der Bar. Die haben hier eine Bar? Also, was ist passiert? Es war unglaublich viel los. Mittwochs ist immer unser Kinotag, wissen Sie? Da kostet ja jeder Film nur 5 Euro. Und ich hatte gerade eine Dame bedient. Eine Karte für die Spätvorstellung von Elise, bitte. Für die Spätvorstellung? Jetzt schon? Ja, ich geh gerne vor und noch ins Café. Oh, das ist eine gute Idee. Wissen Sie was? Sie sind auch die Erste. Da geb ich Ihnen einen besonders guten Platz. Dann wollte ich einmal im Saal 1 nach dem Rechten sehen. Ich bat also, den Kollegen von der Bar kurz zu übernehmen. Im großen Saal hatten wir gerade eine Comedy-Veranstaltung. So was machen wir nämlich auch. Musik, Kabarett, Lesung. Naja, ich kam dann wieder zurück und ein weiterer Kunde wollte eine Karte für den gleichen Film kaufen. Ich zieh die Schublade auf und da waren die Karten verschwunden. Aber es fehlen nur die Karten für die Spätvorstellung, die gleich anfängt. Tja, alle anderen waren noch da. Ich hatte sofort einen Verdacht. Als Kommissar braucht man eine gute Menschenkenntnis und einen messerscharfen Verstand. Ich beschloss mir die Vorstellung anzusehen. Allerdings unbemerkt. 19, 11, 12, 13. Man weiß nicht, ob die Menschen Morrison gefallen haben können. Das ist ja ein Zufall. Wir sind die einzigen im Kino und sitzen genau nebeneinander. Wie romantisch. Tja, die ganz besonderen Geschichten spielen hier eben nicht nur auf der Leinwand. Metro Kino im Schlosshof. Untertitelung des ZDF für funk, 2017